Ja ihr Lieben, die nächste Programmvorschau ist jetzt hier wieder am Laufen am 15.02.2022. Wir haben jetzt exakt 21 Uhr. Ja, ich muss mich ja dann immer mal wieder für so ein Bildchen entscheiden. Da habe ich jetzt das. Aber da bitte ich jetzt auch nochmal ganz ausdrücklich, weil ich übernehme das ja einfach von YouWatch. Da weiß ich ja jetzt auch nicht 100% stimmt das, stimmt das nicht, ist das Fake? Fake oder vielleicht wirklich bitterste Realität, was dann Ursula von der Leiden betrifft, kann ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen. Aber nicht nur darum geht es, sondern auch noch um ganz andere wichtige Sachen, wie ich denke, habe ich für euch aufgearbeitet oder aufbereitet. Könnt ihr dann schauen bei VK, bei Beatshoot, bei Telegram, bei Rumble und die sich den entsprechenden Link bei Wegnews.tv aufrufen. Klar, zur gewünschten Plattform gelangen, uns euch dann reinziehen, wenn ihr so viel Zeit habt. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. 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 Vielen Dank.